Ich mach mich einfach fertig, ey. Kannst du doch mal, du hast doch gar nix zu tun. Ey, wa- Mann, warum fall ich denn da jedes Mal runter, Mann? Ey, das gibt's nicht. Ich bin auch grad mega schlecht, ey. Ich bin schon das fünfte Mal da hinten an diese Ecke runtergefallen, ey. Das ist echt ein bisschen lächerlich so oft, aber... Ja, komm. Ey, Schaf ist einfach nicht mehr dahin, ey. Das nervt mich grad richtig. Ihr seid einfach schlecht. Ach, Quatsch. Ich, guck mal, hier fall ich immer raus. Schuldigung, ey. Das ist doch so lächerlich, ey. Ich glaub, ihr braucht ein bisschen. So lächerlich einfach. Was braucht ihr denn mal? Ja, so ein... Wichsgesicht, du. Hahaha. Hast du sie jetzt endlich mal gemacht? Ne, das ist doch... Ja, Junge, wieso spring ich immer viel zu weit um die Ecke, ey. So. Du brauchst nur ein bisschen Erfahrung. Du auch, eigentlich nur. Das reicht auch schon. Aber jetzt, der hier. Der fall ich jetzt bis jetzt immer runtergefallen. Jedes Mal. Ja! Geil! Komm. Jetzt da, ne? Haha. Haha. Ist der Hund da geplumpst? Das ist so ein... Alter, so ein Skinner-Schirm. Alter, das hab ich ja auch. Alle auf uns einzunehmen. Richtig Nazi-Time-Line. War immer so, was du sagst. Das kann's genau, was ich sage. Das darf ich sagen. Oh, Alexander Roman, ich sehe doch nix, ey. Ja, das war nur ein bisschen. Reicht jetzt aber auch. Oh, komm schon. Oh, ey. Jetzt kommen wir in die beiden Experten springen. Immer schaffe zu verhauen, ey. Ich versteh's nicht. Immer schaffe zu verhauen. Oh, Junge, das kotzt mich nicht. Da, 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 da. Aber auch nur da hinten falle ich runter, ne? Das ist so... ... die Logik gespielt. Fuck, man! Hä? Hä? Ich hab' einfach runtergerutscht. Hey, Lian! Hm? Hast du diese taffe Frage, weil... Nein-Gag gesehen? Welche? Aber Lian, ich seh' doch nix. Ähm... Stell dir vor, deine Mutter wäre im Körper deiner Freundin und genau andersrum. Und du müsstest mit einer von beiden schlafen, damit sie beide wieder normal wären. Wer würde das sein? Also, mit wem würdest du schlafen? Junge... Das wär' ne scheiße Frage, Mann! Und sie, ähm, sie würden in 28 Stunden sterben, entschiedest du dich nicht dazu. Ja, verdammt. Verdammt. Das wär... Das macht das schwierig. Ich hab' einfach gesagt, ich scheiß doch drauf, ey. Meine Mutter freut sich doch, wenn sie... Ja, ich, äh... Ich würde die Mutter in der Freundin nehmen, glaub' ich. Ja, würd' ich auch machen, ey. Da hätten sich... Wenn die die... Keine Ahnung, ey. Also, wer halt... Da müsste sie halt schon mitentscheiden, aber... Wenn sie einfach die Fresse hält, dann... Einmal nur guckt. Ey, wer weiß denn das? Einmal mal halt die Fresse. Also, mein Sohn. So kann ich das aber anders. Junge! Nein! Dein Vater hat mir das anders beigebracht. Boah, Junge, ey. Was würdest du denn machen? Ja, ich würd' mich auch genau so entscheiden wie ihr. Ja, Junge... Das kam gar keine Frage, ey. Mir kann ja aber sich mit dem Körper deiner Mutter knallen. Ja, was ist das denn, ey? Das ist echt eklig. Ja, das ist echt eklig, Mann. So. Ey, jetzt muss ich mich mal richtig hinsetzen, jetzt konzentriere ich mich mal. It's all about the seating. Hm, 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 hm. Ist echt so. Hm, 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 hm. Ich bin auch grad ein bisschen fickrig, weil ich einfach schon so oft so weit war und dann erstmal runtergefallen bin. Das macht einen irgendwie... Könnt ihr's jetzt mal schaffen? Ja, Junge, hätt' ich einfach mit den letzten Sprung gemacht dann schon lange, aber ich mach's hier einfach nicht. Ja. Hätt' sie schon gemacht vorhin. Sehr klasse. Ja, ich mach' die aber einfach nicht da hinten an der Ecke. Komm, ich mach' den Parcours sogar noch mal zurück. Geh' mal weg, Alter. Ja, hast ja toll gemacht. Na, ich hab' dieses immerhin schon geschafft. Au, ich kann mir das erlauben. Ja, dann wirst du die erste Challenge gegen ihn dafür ewig gebrauchen. Ja, ist egal. Es kommt nicht auf die erste Challenge. Hast du einmal lucky alles, haben wir jetzt halt dich fressen, Mann. Echt so? Verpiss dich mal, wenn wir zocken, Mann. Verpiss dich mal, wenn wir zocken. Musst nicht zeigen, dass du trotzdem mal runterfällst. Junge, ich hasse diese Scheißen. Tja, ey, das ist so unmöglich in einer Zeit. Junge, ich versag' hier einfach nur die ganze Zeit am Anfang. Ich versag' die ganze Zeit da hinten. Das kotzt mich ein bisschen an. Ach komm, jetzt mach' ich das hier, ey. Ohne Witz, ernst. Schleck' mich hier ums Unterdruck. Kleiner Spoiler, by the way. Das ist nicht wahr, Mann. Das ist so'n Fickschnitzel einfach nur, Mann. Ey, ich bin schon wieder beim letzten Sprung runtergefallen, ey. Das will mich doch verarschen, das Gedrecksspiel, wirklich. Fuck, ey, wieso hält er sich da nicht fest jedes Mal, ey. Und ich fall' jedes Mal beim letzten Sprung runter. Ja, komm, jetzt glitsch' du auch einmal random irgendwo unten nehmen. Läuf' bei dir, alter, dumme Minecraft-Gua, wie mit deiner Mutter wichsen. Und so'n... Ne, ne, ich krieg's einfach nicht hin. Ohne Witz. Mettbällchen. Mettbällchen von Captain I, Blue. Hey, schon wieder, der letzte schon wieder, ey. Ich krieg's gleich nicht mehr hier hin. Gott, bist du schlecht. Sehr geil. Junge, der hat mich psychisch kaputt gemacht, dieser Sprung, ey. Ich krieg' hier nicht mehr hin. Ich krieg' den letzten Sprung. Ich habe, ich habe Wayne mit der Nett gebrochen. Ich glaub' auch, ey, also jetzt mal ohne Witz. Der macht mich einfach nur fettig, der Letzte. Ich krieg' hier nicht hin. Obwohl er genau der gleich hier wichs ist, wie die Zahnsichsprung. Auch mal hier, alles easy. So, komm' ich hier hin. Und da glitsch' ich gleich wieder runter. Jawoll! Wuh! Bist echt so'n Spastika, junger Alter. Was denn für ne Scheiße hier hingebaut hast, man. Das ist einfach mal diese... Das hätt' schon vollkommen gereicht hier vorne, der Kram. Ja, aber nein, da hinten musst du auch noch mal zwei davon machen. Das ist so unnötig, einfach nur von dir gewesen. Hör auf zu lachen, Junge. Könnt ihr euch denn ne Kauleiste einbringen? Ja, ich bin so ein bisschen netter, der Kram. Ja, ich hab' ja auch grad' nicht. Das nervt mich grad' so hart. Ich werd' nur grad' richtig aufgeben, ich wär' ... Ja, war kein Punkt mehr darauf auf, jedes Mal wieder, ich weiß ganz genau, was ich am Ende runterfallen werde. Gern nicht mehr anstrengend für den Scheiß. Ja, gib doch auf. Ja, so, hier. Oder gib vielleicht mal auf. Bringt sich um, ja. Mach ich auch. Bevor ich aufgebe. Bevor ich hier Minecraft Challenge aufgebe, bring ich mich lieber um. Seems legit, oder? Seems legit. Legit. Geil. Geil. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Was der macht, ey. Ich sag drei Versuche, dann geb ich das. Einfach mal ein bisschen Concentratione. Jetzt krieg ich grad einmal einen Neck. Komm, ich geboren werde. Ich hab die Map gebaut, ey. Ich muss mir das nicht. Das ist natürlich eine geile Rechtsschädigung. Jetzt habt ihr euch gar nicht an meinem Schwansenmelmel belustig, der brennt. Äh, ich hab mich schon gewundert, was ist denn das da? Das ist ein Cocktail. Der brennt an der Eilhöfe. Ich bin nicht mehr geschrubbt worden, oder was? Wie heißt der Buffet Nummer Set? Time Night, oder so? Nee. Ja. Das war aber erst runtergefallen, ne? Ja. Ich leck doch grad ein bisschen bei mir. Jaja. Ja. Nee, wirklich. Ist grad ein bisschen instabil. Was ist denn das bei mir? Nein! Vorletzter Vierer. Und natürlich mit einem Herz überlebt. Läuft. Junge, was ist das für der Scheiß, ne? Sind die alles Vierer? Jo, ich war beim Vorletzten. Das macht mich psychisch krank, ey.